Seht mal da vorne. Auf dem Schild steht, dass wir schon 50 Meilen geschafft haben. Wow! Schon so viel. Wir haben die Hälfte von 100 geschafft. Und wir halten erst wieder an, wenn wir am Ziel sind. Stimmt's, Freunde? Genau. Du sagst es. Juhu! Durch Schläuche pumpt die Flüssigkeit. Es macht jeden Wagen fahrbereit. Höhe, Wasser bewegt Maschinen. Flüssigkeit, Kraft! So werden sie stark. Wow! Hydraulik. Flüssigkeit gibt Energie. Wow! Hydraulik. Sie macht Maschinen so stark wie noch nie. Flüssigkeit, Kraft! Freiby. Damit treibt man die Hydraulik an. Hydraulik. Oh je, Achtung! Sie ist... Oh nein! Die Strecke ist ja unterbrochen. Ich wünsche euch im wahrsten Sinne des Wortes Hals- und Beinbruch. Wir müssen da irgendwie rüberkommen, sonst schaffen wir die 100 Meilen nie. Hey, seht mal da runter. Die Streckenteile treiben da im Sumpf herum. Ich wette, wenn wir das richtige Teil finden, können wir damit die Strecke reparieren. Um die erste Lücke zu schließen, brauchen wir ein Teil, das auf einer Seite spitz zuläuft und auf der anderen Seite abgerundet ist. Welches Teil läuft auf der einen Seite spitz zu und ist auf der anderen Seite rund? Dieses Teil, ja! Aber wie bekommen wir es aus dem Sumpf heraus? Dabei können wir euch helfen! Ja! Da kommt Swoops mit Gabby! Juhu! Klasse! Ja! Wir haben gedacht, ihr braucht vielleicht Hilfe! Ein Streckenteil, kommt sofort! Und hoch damit! Okay! Die Strecke ist wieder heil! Und seht nur, auf dem Schild steht, dass ihr schon 75 Meilen geschafft habt! Wow! Jetzt sind es nur noch 25 Meilen! Danke, Gabby! Danke, Swoops! Ihr wart uns eine große Hilfe! Ach, ist doch nicht der Rede wert, Blaze! Viel Glück beim 100 Meilenrennen noch! Ja! Blaze, Achtung! Rostfleck! Diese gemeine Spinne hat uns mit einem Netz gefangen! Ich bin gefangen! Hey! Wo kommt plötzlich dieses Netz her? Oh nein! Blaze, Hilfe! Ich muss dieses Spinnennetz irgendwie durchbrechen und unseren Freunden helfen! Aber das Netz gibt nicht nach! Es ist zu stark! Dann brauchen wir etwas, das noch viel stärker ist! Wir brauchen Hydraulik! Lasst uns einen hydraulischen Spreizer bauen! Der ist super stark! Helft mit, wir bauen uns ein! Zuerst brauchen wir die Spreizzange! Sie drückt Dinge auseinander und zerbricht sie! Um die Spreizzange zu bauen, sagt... Spreizzange! Spreizzange! Jetzt brauchen wir nur noch die Hydraulik, damit die Spreizzange Kraft bekommt! Um die Hydraulik zu bauen, sagt... Hydraulik! Hydraulik! Oh ja! Ich bin eine hydraulische Spreizzange-Monstermaschine! Leg los, Blaze! Versuch mal, das Spinnennetz zu durchbrechen! Es funktioniert! Ja! Wir haben's geschafft! Blaze! Kommt mit! Wir müssen den anderen Rennwagen helfen! Gut gemacht, Blaze! Juhu! Ich bin wieder frei! Du hast uns gerettet! Ja! Juhu!